Hallo, ich bin Nina vom Careerservice. Am 19. Mai findet die Campusmesse digital virtuell statt. Und auch wir vom Careerservice sind natürlich dabei. Besuchen Sie gerne unseren virtuellen Stand von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr bieten wir einen Bewerbungsmappencheck an. Auch eine Panel-Diskussion moderieren wir von 13 bis 14 Uhr zu Video-Interviews. Anders als sonst können Sie zu uns ohne einen Termin virtuell vorbeikommen. Unsere studentischen MitarbeiterInnen leiten Sie weiter, wenn Sie einfach dem WebEx-Link folgen. Wir freuen uns auf Sie!